So, wir sind auf dem Weg zum chinesischen Restaurant mit dem Opa. Ne, Jan? Oh, da haben dich zwei verliebt. So, hier ist unser chinesisches Restaurant, das wir ausgesucht haben. Es sieht sehr schön aus. Und da ist der kleine Mann mit dem Opa. Und wo geht ihr hin? Hier ist der Eingang. So, wir sind noch kurz in einer Apotheke. Apotheken sind die kleine Shoppingmalls hier. Man kann eigentlich alles kaufen. So, das ist riesig. Und das ist eine ganze Apotheke hier. Eine ganz stinknormale Apotheke in Chile. Riesig. So, meine kleine Frau ist ein bisschen krank. Jetzt gehen wir zum Restaurant. Hier vorne ist das Restaurant. Ich muss sehr laut reden. Eine riesengroße Palme. Und da drin leben Vögelchen. Das hört man leider nicht. Die zwitschern die ganze Zeit vor sich herum. Und da ist der kleine Mann. Und ja, wir gehen jetzt asiatisch essen. Und da sind Flügelchen. Und da sind Flügelchen. Oh, ich liebe Flügelchen. Und da sind Vantan und Mini-Empanadas. Ja. Und ganz viele Medikamente für die Mama. Jetzt gibt es Nudeln. Und das ist ganz... Ah, das ist Achie. Achie, ja. Bisschen Kaffee. Ja. Ja. Ah, ich habe jetzt ein Rettore Palme. Irgendwann mit Zitrone. Ja. Und da vorne ist der Kaffee. Und Pai de Limon, ne? Und was bei mir hier drin ist? Ah, Limone und Minze. Yummy! So, Jan ist hier definitiv in seine Telenovela verliebt. Jetzt guckt er nicht hin. Wir sind auf dem Weg zu... Nato. Wir fahren mit dem Taxi heute. Und warten hier gerade an so einem Taxi stand. Den haben wir gerade eingekauft. Und heute koche ich für ein Auto. Jan ist auch da. Wo ist der Lufballon, Jan? Da, genau da. So, der wunderschöne Tag wird jetzt hier beendet. Da steht unsere Suppe. So. Wunderschön und lecker. Eine Schnitzelsuppe. Schweine im Taubchen nenne ich sie. Könnt ihr demnächst auf meinem Blog halt das Rezept euch mal klauen. Euer Pumping Chef. Ein wunderschöner Tag geht zu Ende. Am Ende will ich nur mal kurz sagen, es gibt so richtig krasse Unterschiede zum chinesischen Essen in Deutschland und hier. Sowas wie gebackenes Hähnchen oder Ente oder sowas, das gibt es ja gar nicht. Und auch süß-sauer-Soßen, Erdnuss-Soßen, das ist alles gar nicht da so verbreitet. Das Essen war ultra geil und ultra lecker. Ich feiere jetzt noch hier ein bisschen die Houston Rockets und gehen wir gleich noch in Cuba Libre und dann geht's schlafen. Euer Pumping Chef. Der Vielen Dank.